Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich denke die meisten von euch haben das vielleicht mitbekommen, dass es immer so einen kleinen Beef gab oder vielleicht sogar einen großen für euch. Nämlich zwischen den YouTubern momentan MCDönerHD am Rande, Haze und Firecoden. Es hat damit begonnen, dass MCDönerHD und auch viele andere Leute wie zum Beispiel Haze behauptet haben, gommehd.net bottet Spieler. Daraufhin hat Firecoden ein Video erstellt, in dem er zum Teil beweist, dass Gomme eben nicht bottet. Ich habe noch meinen YouTube Rang auf Gomme, wie die meisten wissen werden. Und deshalb vermutet ihr wahrscheinlich so, ich werde nicht objektiv rangehen, aber ich werde auf jeden Fall so objektiv rangehen, wie ich nur kann. Ich fand bisher Firecodes Video sehr gut. Ich bin ziemlich kritisch, was sowas angeht. Also bin ich eher der Einstellung, jo macht der vielleicht einen Fehler, labert er scheiße, aber nein. Zum größten Teil hat Firecodes echt gutes Zeug gelabert, im Vergleich zu Haze. Weil Haze hat meiner Meinung nach ein absolut schlechtes Video gebracht, in dem er zum Beispiel Aussagen trifft wie, ich habe zwar selber keine Beweise, dass Gomme HD.net bottet, aber jemand, der versucht mit Beweisen, eben diese einfach nur doofe Aussage sozusagen zu widerlegen, ist noch dümmer als ich. Nein, das sind wirklich keine guten Aussagen, die Haze getroffen hat. Es war einfach nur Bullshit. Firecodes hat mit Hochrechnungen probiert, zu erklären, wie viele Spieler Gomme in Wirklichkeit hat, durch öffentliche Statistiken von Webseiten und so weiter. Firecodes Statistiken sind natürlich nur ganz grobe Schätzwerte. Man kann eben nicht, dadurch, dass man die Lobbys zählt oder wie viele Leute in einer Lobby sind, genau sagen, wie viele Spieler jetzt auf dem Netzwerk in Wirklichkeit sind. Sind die Schilder alle echt? Sind vielleicht welche doppelt? Weißt du es? Kaum. Und dann stellt sich von Anfang an die Frage, bottet Gomme HD.net? Generell, meine Aussage dazu ist, nein, obwohl es Gründe dafür geben würde. Die Gründe sind klar, Leute kaufen sich, weil der Server zu voll ist, Premium. Und dadurch macht Gomme HD.net noch mehr Geld. Macht Gomme HD.net viel Geld? Das kann man nicht genau sagen. Die letzte Statistik war von 2015. Da hat das Gomme HD.net-Zwerk eine Million Umsatz gemacht, soweit ich weiß. Und das, finde ich, ist schon relativ viel. Aber wenn man das runterrechnet auf die Personen, die dahinter hängen, sind das vielleicht 100.000 Euro für eine Person. Oder für zum Beispiel Gomme HD sind das 250.000. Was aber nicht allzu viel ist bei seiner YouTube-Größe, wenn man sich überlegt, dass solche YouTuber mehrere oder viele tausend Euro im Monat so und so schon verdienen. So, also gelbe Gründe für Gomme HD.net zu botten. Natürlich gelbe Stil. Mehr Geld ist immer gut. Ich denke, das kann jeder eigentlich zustimmen. Es ist natürlich nicht der Lebensschlüssel. Aber ich denke, viele versuchen nach dem Prinzip auch zu leben. Viel Geld zu machen ist nicht verwerflich. Ich versuche das auch. Denn ich denke, es bereichert mein Leben auf jeden Fall, wenn man anständig was verdient. Vielleicht auch einen Schulabschluss hat, den manche gewissen Leute nicht haben. Und ja. Dann kommen wir zur Sache, wieso sollte Gomme HD.net nicht botten? Ich entschuldige mich schon mal fürs schlechte Gameplay. Ich will einfach nur reden. Also, die Sachen, die dafür sprechen, sind eher wenige. Man könnte sagen, der Server ist immer voll oder sowas. Aber sowas sind einfach falsche Aussagen. Wenn man sich die Statistiken von mehreren Webseiten anschaut, von unabhängigen oder auch von Gomme HD.net gemachten, was natürlich nicht zuverlässig ist. Aber wenn man sich die Webseiten anschaut, die natürlich nicht gefälscht sind von den öffentlichen Daten her, dann wird einem schnell auffallen, oh, Gomme HD.net ist ja kaum voll. Sondern nur von halb vier oder sechzehn Uhr an normalen Tagen bis acht Uhr. Das heißt, gerade mal für einen Zeitraum von vier bis fünf Stunden ist Gomme HD.net komplett voll mit 20.000 Spielern und zwingt in Anführungszeichen die Leute Premium zu kaufen. Das ist die momentane Situation. Vorher war es immer anders und ähnlich mit weniger Spielern und so weiter. Und ich fange mal an mit ganz am Anfang. Ich hatte damals Non-Premium. Ich hatte über ein Jahr lang Non-Premium. Und damals war Gomme auch schon sehr beliebt. Hatte natürlich deutlich weniger Spieler etc. Aber war natürlich auch der beliebteste Server Deutschlands. Muss man einfach mal sagen. Früher, ganz früher war es vielleicht Hive. Aber schon seit Jahren ist es eigentlich Gomme HD.net. Und fällt euch was auf? Der beliebteste Server seit Jahren. Von jedem. Ihr könnt alle Minecraft-Spieler fragen, wenn ihr fragt. Wenn ihr jemanden fragt, was ist ein deutscher Minecraft-Server? Was wird als erstes kommen? Gomme HD.net. Und warum? Weil doch ganz schön viele Leute drauf spielen und keine Bots. Denn wenn man sich die Zahlen vergleicht mit Servern, die danach gekommen sind. Also Gomme HD.net hat zum Beispiel an Stoßzeiten eben 20.000 Spieler. Bisschen drüber, bisschen drunter. Und ja, dann vergleicht man es mit anderen Servern wie Timolia. Wo eigentlich nur One vs. One gespielt wird. Man kann grob sagen, auf Timolia wird zu 90% glaube ich One vs. One gespielt. Und ich glaube so 5-10% halt dann eben Jump World und das andere. Die anderen Spielmodus haben kaum Input. Und auf Timolia sind doch schon immer bei Stoßzeiten teilweise bis zu 4.000 Spieler drauf. Beim MCX-Turnier vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber das ist ja nicht der Normalfall. Aber schon manchmal so 4.000 Spieler. Und jetzt überlegt mal. 4.000 Spieler für einen Spielmodus. Okay, das klingt viel. Und dann überlegt man sich, okay, es gammeln auch viele in der Lobby. Vielleicht noch ein paar in den anderen Modus. Und dann überlegt man sich auf Gomme. Auf Gomme gibt es, früher zumindest gab es SG. Jetzt ist es halt Bad Wars, Sky Wars, TTT, QSG, bla bla bla. Ich denke ihr werdet die ganzen Modis kennen, die ziemlich beliebt sind. Und man kommt halt am Schluss dann doch zu dem Ergebnis. Halt mal, das geht doch irgendwie auf. Wenn man überlegt, ein Server kann nur, weil er einen tollen Modus hat. Sozusagen, ähm, viele Spiele haben. Also 4.000. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Jetzt sind es nur 2.000 zu 10.000. Also ungefähr meine Schätzung ist richtig. Also jetzt sind, jetzt um 21.39 Uhr sind auf Gomme 10.000. Um 21 Uhr, Leute. Das ist schon mal so eine Sache, wo man sagt, wo ist der Server voll? Das ist einfach eine blöde Behauptung, dass der immer voll ist. 21 Uhr. Da mögen vielleicht schon viele im Bett sein. Ich noch nicht. Also halb 10 ist jetzt. Nein, bin ich nicht. Und es sind nicht viele on. Also man kann sagen, die Hälfte sind auf Timoia. Und wenn man sich dann überlegt. Es gibt viel mehr Modi auf Gomme. Die gespielt werden. Von FFA, Cores. Alles wird gespielt. Alles wird gespielt. Und dann kommen noch die etlichen Lobbys zu, wo definitiv keine Fake-Spieler drauf sind. Das sind alles wirklich echte Spieler. Das kann man sagen. Und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man einfach sagt, halt mal. Gomme bottet nicht, Leute. Ihr müsstet Beweise bringen, dass Gomme bottet. Und das ist einfach nicht so. Das ist immer noch der beliebteste Server. Und es sind auf keinen Fall immer 10.000 oder, naja, nicht 10.000, sondern 20.000 Spieler. Und das stimmt nicht. Das sind blöde Behauptungen, die so Leute wie Haze aufstellen. Das ist genauso, ähm, finde ich, ist ein bisschen blöd, ist die Hochrechnung von Firegun. Die geht nicht wirklich auf, weil er kann ja nicht zählen. Er hat auch nicht ganz komplett die Durchschnittswerte der Server und so berechnet. Mit einer Minute, das geht nicht wirklich. Aber man kann es grob schätzen. Und da hatte er wirklich Recht. Es geht auf. Die meisten Leute spielen auf Gomme. Egal, ob sie sagen, es ist scheiße, das Anti-Cheat oder so. Ich zeug auch auf Gomme, weil ich es immer noch für den besten Serverhand habe. Und nicht, weil ich den YouTuber-Rang habe. Den hatte ich auf Badline zum Beispiel auch und hab nie gespielt, weil der einfach ein Dreck-Server ist, meiner Meinung nach. Das ist einfach, ein, zwei Modis sind vielleicht, okay, spiel mal. Aber sonst, wieso sollte ich da drauf gehen? Da habe ich meinen YouTuber-Rang verloren, weil ich keine Videos gemacht habe. Daran liegt es nicht, genauso wie mit Hive. Hive habe ich auch meinen YouTuber-Rang und ich schere mich da nicht drum. Also ist mir echt egal. Und da bin ich mit Gomme dann doch noch am zufriedensten. Und wenn man sich die Aussagen von so Haze oder so anhört, dann kommt da einfach nur Scheiße zusammen. Ich habe persönlich MC-Döner-HDs Video nicht gesehen. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich will da nicht irgendwie sagen, er liegt falsch oder was auch immer. Ich weiß noch nicht mal, ob er es sich wirklich gesagt hat, Gomme bottet. Das weiß ich nicht. Das war die Aussage von Filegoon. Ihr habt schon in den paar Runden gesehen, da waren schon einige Hacker jetzt in CoolSkid dabei. Vor allem in der letzten Runde der eine. Ich meine, das war ziemlich obvious. Man muss auch sagen, auf Gomme sind immer mehr Hacker. Weshalb ich auch weniger spiele persönlich, weil das einfach nicht mehr so viel Spaß macht. Ich bin natürlich nicht gut, weil ich auch sonst nie spiele. Aber es ist so ein Teufelskreislauf, könnte man sagen. Aber zum eigentlichen Thema, um die Frage für alle Leute zu beantworten. Und Gomme bottet mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Denn es gibt einfach nicht viele Server-Alternativen. Die größten deutschen Server danach sind Timolia oder Rewinside. Andere gibt es sozusagen gar nicht. Also, die gibt es nicht. Es gibt zwar ein paar, die sind so klein, die machen aber nichts aus. Das heißt, es ist völlig scheißegal, wie viele Spieler das sind. Die machen nicht viel aus. Ich kann es mal hier kurz zeigen. Auf Rewis sind gerade 1.600. Das heißt, Rewi hat ein bisschen besseren Input, meistens als Timolia. Aber jetzt abends auch nicht mehr. Es gibt natürlich noch andere Server, wie Hive, die langsam untergehen oder Bergwerk-Labs. Aber im Endeffekt sind doch alle Spieler auf Gomme. Aber wenn man sich überlegt, dass gerade mal zu 4 bis 5 Stunden am Tag Gomme komplett voll ist, sind die Behauptungen, dass Gomme für Premium botten würde, absolut schwachsinnig. Gerade wenn man bemerkt hat, für was die Geld herholen wollen. Man muss einfach mal sagen, will das Gomme-HD-Netzwerk unbedingt Geld? Natürlich wollen sie das. Es fällt natürlich auch auf, dass Premium nicht allzu billig war. Das ist klar, man muss den Server erst mal finanzieren. Da muss man Leute wie Gomme glücklich machen, die vielleicht auch Geld dran verdienen wollen, weil sie vor allem ihren Namen hergeben und es sein Server war, sein Schatz könnte man sagen. Und das Ding ist halt einfach, ja, der Server hat es nicht wirklich nötig zu botten. Das ist einfach nicht so. Das waren so viele Spieler von Anfang an. Es sind immer noch, ich meine, ihr seid doch alle, die zuschaut. Ihr wart doch auch schon mal auf Gomme und ihr seid doch alle real. Und das ist, was alle ausmachen. Das ist genauso wie mit jedem YouTube-Beef. Die Zuschauer kommen nicht von irgendwoher. Und genauso ist es bei Gomme. Die Spieler kommen nicht von irgendwoher. Wenn hier tausende Leute drauf hacken würden, dann hätte Gomme auch viele Spieler sozusagen. Aber das Ding ist halt einfach, ich bezweifle, dass die botten. Das war damals so, das habe ich ja vorhin nochmal erwähnt. Ich hatte auch Non-Premium eineinhalb Jahre lang. Und ich habe auch immer probiert, auf Gomme zu kommen. Und damals war Gomme schon das beliebteste Server. Und ich hatte auch Schwierigkeiten mit Non-Premium. Aber ich habe eineinhalb Jahre darauf gespielt, auch mit Non-Premium. Es ging. Niemand wurde gezwungen, Premium zu kaufen. Ich habe mir auf Gomme bis jetzt noch nicht Premium gekauft. Ich habe damals Premium Plus bekommen. Und anschließend natürlich den YouTube-Rang vor über einem Jahr. Und da kommt man halt zu dem Schluss, halt mal, ohne Premium kann man drauf spielen. Ja, sehr, sehr wohl. Und dann merkt man, man wird gar nicht gezwungen. Man wird nicht gezwungen. Das ist einfach so. Man wurde nie gezwungen. Und erst jetzt nicht. Auch wenn der Server voll ist, kommt man im Normalfall immer drauf. Und viele haben sich halt Premium gekauft, weil es einfacher klingt. Aber ich denke, das ist vor allem die Naivität. Ich sage nicht, dass man dadurch Geld verschwendet hat, indem man Premium kauft. Das sage ich nicht. Denn jeder kann selbst entscheiden, wo er sein Geld ausgibt. Aber man sollte mal überlegen. Wenn Leute Premium ausgeben dafür, ich finde es nicht allzu schlau. Jeder kann machen, was er will. Ich habe es mir damals nicht geholt, weil ich fand bisher, es war immer spielbar, auch mit Non-Premium. Es hat natürlich manchmal abgefuckt. Aber das sind halt die Vorteile, wenn man eben Premium hat. Und man kommt halt zu dem Schluss, man wird nicht zum Premium gezwungen. Und von daher kommt auch die These, dass dieses Botten halt für Premium, was ja logisch ist, die einzige Schlussfolgerung, ergibt nicht so wirklich Sinn. Also das stimmt einfach nicht. Das ist irgendwie schon ein bisschen absurd, könnte man sagen. Wenn man die Zahlen mal anschaut, Beispiel zum 21.30 Uhr mit 9.000 Spielern. Das ist, das macht keinen Sinn. Man müsste ja fast schon dauerhaft während der On-Zeiten dann botten. Aber das tun die nicht, sondern die Stoßzeiten sind halt nun mal voll nach der Schule, nach der Arbeit oder vorm Bett gehen. Es ist halt so, dass Cesar dann am vollsten ist und sogar jetzt noch die 20.000 Spieler erreicht. Und ja, was soll ich noch sagen? Es gibt natürlich Aussagen wie Haste, die sagen, der Server wird relevanter, indem er Spieler bottet. Diese Aussage fand ich ziemlich komisch, weil inwiefern macht es ein Server relevanter, wenn er eine höhere Zahl dort stehen hat? Das stimmt nicht, denn egal wie viele Fake-Spiele ein Server hat, nur weil er viele Bot-Spiele hat, werden nicht mehr Leute drauf zocken. Nämlich jeder wird auf dem Server zocken, wo er den meisten Spielspaß hat oder wo vielleicht YouTuber drauf zocken. Aber nicht auf einem Server, wo eine große Zahl steht. Das mag zwar in manchen Punkten stimmen, das heißt bei YouTubern, die eine größere Zahl haben, neigt man eher dazu, sie zu abonnieren. Aber das stimmt nicht wirklich, denn das ist immer nur so eine Annahme von vielen Leuten. Das ist nicht der wahre Grund. Deswegen blenden auch manche ihre Abos aus, weil sie meinen, dass man dadurch nicht mehr abonniert wird, weil man groß ist. Nein, das stimmt nicht. Die meisten Views kommen daher, dass man ein Video sieht, das einem gefällt oder zum Beispiel ein Beef ist und man dann aktuell bleiben will. Deswegen haben auch so News-YouTuber wie Herr Newstime viel Erfolg. Nicht, weil sie viele Abos haben, sondern weil die Themen, die sie ansprechen, relevant sind. Der YouTube funktioniert auch so mit dem Algorithmus eben bla bla bla. Und mit Serban ist es halt, also anders. Also man wird nicht dadurch, dass man eine große Zahl hat, relevant, sondern einfach, man wird durch die Zeit relevant, in der wirklich echte Spieler drauf spielen. Weil würde kein echter drauf spielen, dann folgt auch kein echter. Das ergibt keinen Sinn, weil wenn angeblich ja Bots drauf spielen würden, nur, dann würde man ja auch nie gegen echte Leute zocken. Und das ergibt auch meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Und von daher ist so eine Aussage absolut schwachsinnig von Hayes. Mal abgesehen davon, dass sein Video wirklich absolut grottig war und Fallgon ihn auch in seinem letzten Video ziemlich zerstört hat. Und ich finde es scheiße, Behauptungen aufzustellen, um einen Server schlechter darzustehen zu lassen. Gerade Hayes macht das natürlich vor allem, um Geld zu verdienen. Das fällt auf durch das ständige Schlechtgemache von Gomme. Dadurch kann man natürlich klickgeile Titel erzielen. Ich meine, ich weiß, wie man klickgeile Titel macht. Das kann ich auch ehrlich zugeben, so Top 5 Videos sind natürlich darauf ausgelegt, dass vielleicht mehr Leute das sehen. Und ich weiß, dass solche Videos zum Beispiel auch gegen das gommehd.net Team oder so Klicks scheffeln können, weil die Leute auf Beef stehen. Es ist so. Ihr werdet es merken, ihr habt klickt selber auf Beef-Videos viel, viel, viel eher drauf und das ist einfach so. Und so ist es mit Schlechtgemache. Welche Videos sind denn immer in den Trends? Hm. Ja, was ist das nur? Ja, KuchenTV? Ja, kennt ihr den? Ja, bestimmt. Und warum? Sein Kanal besteht zu 99% daraus, andere schlecht zu machen. Ich sage nicht, dass sein Kanal scheiße ist. Ich finde ihn selber eigentlich ganz cool. Aber man muss sagen, sein Inhalt besteht halt daraus, Leute schlecht zu machen oder YouTuber absolut schlecht zu reden. Egal wie schlecht die sind, noch schlechter zu reden, wie es geht. Dass er Kritik an Katja und so weiter verübt und ihre Videos schlecht redet, finde ich absolut toll. Genauso wie bei den anderen Spacken-YouTubern. Aber man merkt schon deutlich die Tendenz. Beef macht Klicks und das stimmt auch. Und dann kommt man zur Schlussfolgerung. Halt mal, Haze, mach das immer mit gommahd.net schlechtreden, weil es, genau, es bringt Klicks. Die Leute klicken drauf und sie glauben auch 100%ig die Meinung. Ich in diesem Video habe zum größten Teil nur meine Meinung gesagt. Ich kann nicht 100%ig beweisen, dass gommahd.net nicht bottet. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie es nicht tun. Und es gibt halt immer so dann Beweise von Haze. Die einzigen Sachen sozusagen, die er sagt, sind sowas wie, ja, mir hat ein Insider X XY gesagt. Aber er sagt weder wer das war, noch was das war und so. Es ist halt einfach eine blöde Behauptung, könnte man sagen. Bei mir ist das vielleicht auch so, aber ich denke, die Zahlen, Erfahrungen und so machen es aus, dass es ziemlich realistisch klingt, wie die Zahlen so auf Gommas sind. Vor allem im Verhältnis zu anderen Servern, die absolut viel, viel weniger leisten, wie zum Beispiel der Timolia Server, die auch 2000 Spiele haben, trotz nur einem beliebten Modus. Und so komme ich eben zu dem Ergebnis, dass Gommadepo nicht bottet und zum Beispiel auch Haze vor allem seine ziemlich naive Community auf Firegun hetzt, was ich auch ziemlich, ja, schlecht finde, weil es einfach absolut unniveauvoll sind, die Leute. Es kommen natürlich auch ein paar von Firegun zu Haze, die sagen, ja, keine Ahnung, du bist scheiße oder so. Das ist natürlich auch nicht der Sinn. Aber der größte Teil war von Haze auf Firegun und die haben gesagt eben, ja, scheiß Firegun, blablabla. Dabei hat er viel bessere Argumente genannt und so weiter. So. Dann, ähm, was soll ich noch sagen? Äh, ja, die Community sollte nicht so verblendet sein. Also, ihr schaut gerade mein Videos. Ich hoffe, ihr habt es bis hierher angeschaut. Das ist der Sinn, dass ihr es zu Ende anschaut. Und jetzt könnt ihr eure eigene Meinung bilden. Schaut vielleicht das Video von Haze. Schaut das Video von Firegun. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Und es geht nämlich darum, bildet eure eigene Meinung. Überlegt euch was eigenes und labert nicht irgendeinen Schund nach von anderen Leuten. Ich gebe weder die Meinung von Firegun wieder noch die von Haze, sondern meine eigene. Es ist mir scheißegal, ob ich mit Haze nicht befreundet bin und mit Firegun schon. Es ist scheißegal, es geht nur darum, dass man einfach mal das sagt, wirklich was man denkt und was man glaubt, was richtig ist. Und die Sache ist halt, diese Unwahrheiten werden halt immer verbreitet, weil das halt doch schon viel Aufmerksamkeit bekommt. Weil würde Haze einfach sagen, ja komm, hd.net botet nicht, dann würde es keinen interessieren. Aber wenn man so etwas Schlechtes sagt, ja, dann fällt es halt auf. Das wäre, als würde ich sagen, so. So, YouTuber XY hat, sagen wir, ja, wir machen ein Video über YouTuber XY, dass er Obdachlosen in die Fresse geschlagen hat. Wow, das würde bestimmt viele Klicks bekommen. Aber würde es sagen, wenn ich sage, ein YouTuber hat einen Obdachlosen 5 Euro gegeben. So als Beispiel. Hm, was würde wohl mehr Klicks bekommen? Genau, das Reißerische und Negative. Wenn ihr die Medien anschaut, funktioniert das genauso. Und das funktioniert auch auf YouTube, nämlich negative Schlagzeilen. Wenn ihr irgendwas Schlechtes über jemanden sagt, dann wird das immer mehr Leute herholen, als wenn ihr was Gutes sagt. Es ist einfach so. Ihr seht, Beef ist immer auf Platz 1. Warum ist wohl März Video, das absolut unterirdisch ist, momentan auf Platz 1? Genau, weil die Leute auf Beef stehen. Ich finde es natürlich gut, dass sich zum Beispiel in dem Fall die Leute sich gegen ihn äußern. Aber man merkt schon wieder, oh, er hat viele Klicks. Warum? Beef. Nicht, weil das Video gut ist oder sonst was oder weil er was Gutes gemacht hat. Nein, weil er was Schlechtes gemacht hat. Und dadurch merkt ihr schon, wenn man irgendwas Schlecht redet, Schlecht sagt oder und so weiter, bringt es immer viel Aufmerksamkeit. Und deswegen vertreten auch viele die Meinung weiterhin. Bildet euch immer eine eigene Meinung. Nur weil irgendein YouTuber was sagt, heißt es nicht, dass es richtig ist. Meine Aussage ist auch nicht 100% richtig. Ich kann das nicht sagen, ob Gommel HD bottet oder nicht, aber es ist einfach unwahrscheinlich. Jetzt ist es 21.55 Uhr. Die Aufnahme geht wahrscheinlich 20 Minuten oder so oder länger. Auf jeden Fall sieht man jetzt auf Gommel sind nur noch 8000 Spieler und jetzt lädt es nicht mehr. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass in Anführungszeichen dauerhaft 20.000 Leute unten sind. Das stimmt einfach nicht. Das sind zu den typischen Kinderzeiten sind halt die Slots voll und zu den Schlafenszeiten halt leer. Komplett logisch. Und ja, nur weil der Gommel HD.net selber der erfolgreichste Server war in Deutschland oder noch ist, sollte man da nicht so absolut negativ gegen ist. Wenn man sagt, das Anti-Cheat ist schlecht und so, da unterstütze ich gerne die Meinung weiterhin, weil ich das auch nicht für gut beheiße. Aber man muss nicht alles schlecht reden und jedem YouTuber sofort nachlabern. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr könnt eure Meinung mal in die Kommentare dazu schreiben und ciao.